Name? Fadengruber Sascha. Position? Linke Verteidiger. Alter? 30. Geburtsort? Scheibs. Größe? 1,72. Familienstamm? Ledig. Beruf? Student. Hobbys? Volleyball. Seit wann spielst du Fußball? Seit meinem fünften Lebensjahr. Bisherige Stationen? Zwettl, Weidthofen an der Ips, SK1 an Költen am Stetten. Starker Fuß? Lenker Fuß. Lieblingsessen? Spaghetti. Lieblingsfarbe? Blau. Musikgeschmack? Volksmusik. Lieblingsklub? Sturm Graz. Lieblingsspieler? Marcelo. Idole? Marcel Hirscher. Schönster Moment in deiner Karriere bis jetzt? Cup Verlängerung gegen Rapid Wien. Ziele bei der Vorwärts? Endstelle Gartenwellenplatz. Was möchtest du unseren Fans zum Schluss noch sagen? Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. значит, es war öff. Ich freue mich auf euch.